Ich glaube, was man vor allem mitnimmt ist, dass man das einfach mal macht, dass alles, was man so irgendwie lang in der Pipeline hat, also dank wirklich diesem Team von Studio West, die dieses Backup bieten und in dem Fall war es für mich natürlich ganz klar mit Nicole, die einfach wirklich einschieben und machen, ja und das geht und das machen wir und so. Die Ideen, die waren ja egal und jetzt haben wir halt das Handwerkszeug dazu und jetzt haben wir es umgesetzt und jetzt haben es alle gesehen und jetzt machen wir weiter. Cool. Danke. Ich wollte eigentlich das Gleiche sagen. Entschuldigung. Passt gut. Nein, einfach mal echt den Film dann tatsächlich zu machen und nicht sich zu denken, oh es wäre schön oder wäre cool, einen Film zu machen, sondern wirklich auch dann rauszugehen und das mal zu starten und in Angriff zu nehmen und dann auch unter Zeitdruck das fertig zu machen und den Perfektionismus, zumindest ich meine, ein bisschen auf die Seite zu legen und sich zu denken, okay, ja, es ist jetzt vielleicht nicht alles perfekt oder vieles hat nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat, aber ja, es ist ein fertiger Film. Was mich geantragt ist, in welcher kurzen Zeit haben einfach Filme entstehen können und so unterschiedlich, so vielfältig und jeder erzählt so eine wunderschöne Geschichte. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte und das erste Mal überhaupt mit diesem Schnittprogramm gearbeitet habe und dann trotzdem irgendwie das Vertrauen von allen Seiten zu bekommen, man schafft das und am Ende kommt dann irgendwas raus, was man dann doch herzeigen kann. Das gibt es glaube ich nicht immer und überall und deswegen habe ich das auch als sehr einzigartig und besonders gefunden. Danke, die Schülerinnen, die gekommen sind heute. Wie soll es sein? Oh, super! Es ist voll schön jetzt auch, wenn man die ganzen Filme gesehen hat, die anderen, die ich ja auch zum ersten Mal gesehen habe, jetzt einfach zu sehen, wie diese, diese kleinen Samenkörner, die wir da gesät haben oder gepflanzt haben und am Anfang jetzt irgendwie zu denen geworden sind, was sie sind. Das ist echt schön und ich habe wirklich viel gelernt einfach auch über den Prozess. Ja, das Filmemachen ist auch über den kreativen Prozess, das war echt eine, es war eine anstrengende Reise, aber eine schöne, weil es eine erfüllende Aufgabe war. Und wenn wir in das Studium wissen, dass ihr den Raum gegeben habt, dass wir unsere Filme da, wie die Judith auch schon gesagt hat und die Sarah, dass wir die Filme einfach fertig machen. Also ich habe hinter der Leinwand geschaut. Davor war ich immer vor der Leinwand. Also ich habe sehr viele Filme geschaut und auch über Filme geredet und die kennen Leute. Aber es ist ein wahnsinnig interessanter und ein wahnsinnig schwieriger Prozess.